Ja und damit herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Legion. Ich bin Explorer EP und das ist mein untoter Jäger, Ferrux. Und wir sind jetzt hier bei Khadgar. Und wir bekommen jetzt entweder Schultern oder 7,63. Wir haben 7,55. Hier sind 7,45. Wir nehmen die Armschienen. Okay. Und platziert das Herz des Lichts in eurer Ordenshalle. Das Herz des Lichts unter eurem Wasser am Arm. Es gibt einen Ort auf Herz, die nicht an sich stellt. Eure Ordenshalle bringt es dorthin vor. Ihr seid unsere letzte. Unsere größte Hoffnung. Ja, ich weiß. Ich bin der Retter der Menschheit. Ups. So, was haben wir hier? Herz des Lichts. Questgegenstand. Und Aluhol aus Loch Mordern. Ja, dann müssen wir da jetzt hindüsen. So leid es mir tut. Keine Ahnung, Ratte. Ja? Ich will die mal sehen. Töööö. Ist das eine Ratte oder der ist ein Wolf? Was ist denn hier los? Alle Langeweile oder was? Gut. Wir müssen zur Volltrefferhütte. Ja, ich bin geehrt. Ja, ich auch. Und dann, äh... Bis bald. Müssen wir mal schauen. Wo waren wir überhaupt mit dem Questen stehen? Über die... Öh. Äh. Ne, Em, nicht. Wo sind hier Queste? Hier das Questlock. Oh Gott. Zahra ist der Hochberg. Hochberg. Die Grufe Queste wollen wir jetzt erstmal nicht sehen. Muss man dann auch mal angeben bei Gelegenheit. So. Das auch nicht. So. Und Zahlle. Würde des Lichts platziert. Ja, das machen wir ja jetzt. Kochkunst. Sechs Rezepte. Jägerkampagne. Das sind drei Missionen von Bord. Bringt mir das mal hin. Wo ist denn das? Was haben wir denn da? Ach so, das... Okay. Der Hochberg, oder? Dalaran. Violette Festung. Ja, dann machen wir das hier. Wo müssen wir da hin? Ja, super. Klappt ja wieder super alles hier. Alles hier fixt. Ja, kein Problem. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Entschuldigung. Ich muss mal einen Schluck trinken. Viele EP haben wir jetzt durch das Szenario auch nicht gekriegt. Wir haben so viel Erholbonus. Naja, egal. Schauen wir mal jetzt. Äh, Karte anzeigen. Ist das jetzt hier eins? Ja. Okay. Mal sehen, was wir jetzt für die Quest noch kriegen. Das war's. Das war's. Äh, hier haben wir noch nix fertig, ne? Ne. Okay. Warte mal, hinten noch. Schankwirt. Da kann man sowieso nix machen. Äh, dann... Hilfe unserer Verbündeten. Ich muss auch mal die App ausprobieren. Ich hab mir hier die App fürs Handy, äh, schon draufgeknallt, um die Ordensmissionen, äh, via Handy zu machen. Aber ich vergesse das jedes Mal. So, was ist das? Letztes Abenteuer. Ne. Ne, wollen wir nicht machen. Wir wollen ja... Kollege, ich will... Wo müssen wir hin? Ne, wir haben hier bestimmt schon einen Flugpunkt geholt, oder? Hier, dann machen wir doch schon ein Donatortem. Wir müssen aber... Jo. Perrox. Kann man da so hinreiten? Geht das? Äh? Kommt wir hier irgendwie runter? Ne, hier geht's ja gar nicht raus, ne? Da geht's hier oben raus. Ich war jetzt zu bezweifeln. Schauen wir mal. Ne, hier ist Schluss. Hier kommt der Türmchen und dann ist, äh, Schicht am Schacht. Da werden wir qualvoll sterben. Oder auch nicht? Wir probieren's. Scheiße, und was drauf? Ostenschlund ist da. Der ist aber da oben, oder was? Orstenpelzbär? Die Mietze-Katzen ignorieren uns. In der Höhle. Hallo, Kollege. Ja, ich bin zu mir. Genau. Mit Gebrüll. Katze ist tot. Nice. Geht ja wieder, hier wieder Teufel. Wenn du bis Biest machst und deine Pads halten, überhaupt nichts mehr ist. Ich verstehe das nicht. Mir ist das zu hoch. Hat der hier noch irgendwas versteckt, der Kollege? Ein Kiststuhl oder sowas? Was ist das? Hey, Steinfeld. Ne. Okay. Die ignorieren uns auch irgendwie. Ah, er schon wieder nicht. Hier können wir ein bisschen Leder holen. Vielen Dank. Ihr dürft angreifen. Hier muss irgendwo was sein. Äh, hier? Ich? Da nicht? Oder hier unten? Wasser? Artefakt macht. Abzeichen. Weiß doch nix. Ja, kommen wir bei Gelegenheit. Jetzt wollen wir erstmal zur Frau Graufeder. Hier ist ein Quest. Hier sind viele Queste. Nursing Ray. Alter Schwede. Ich bin Hammett. Auf all seinen Reisen vom Schlingendontal bis nach Nagrad und wieder nach Nagrand gefolgt. Habe Notizen über seine großen Abenteuer verfasst und sie in zeitlose letharische Werke verwandelt. Aber mein Herz schlägt eigentlich ganz für die Jagd. Nichts wäre mir lieber, als die Schreibfeder niederzulegen und selbst ein Gewill in die Hand zu nehmen. Hammett hat versprochen, mir das Jagen beizubringen, sobald ich den neuesten Roman fertiggestellt habe. Doch die Ziegen hier haben meinen ersten Entwurf gefressen. Es gibt keine Hoffnung darauf, eine Jägerin zu werden, wenn ich das Manuskript nicht wiederfinde. Und der gute Hammett. Die Stunde der Amateure. Jagdhütter hat eine Menge Amateure angelockt, die sich als echte Jäger ausgeben. Mit ihren Mätzchen vertreiben die uns die ganzen Beutetiere. Ich bin zwar ein Meister am Gewehr, aber in Verhandlungsfragen bin ich nicht ganz so bewandert. Tut uns doch einen Gefallen und sagt diesen Anfängerjägern, dass sie sich verziehen sollen, ja? Weidmannsheid! Weidmannsheid! Danke! Kollege, jagt woanders. Kollege, jagt woanders. Kollege, mach dich weg. Und du auch. So. Wo sollen wir jetzt ziehen? Ziegen? This one? Ihr dürft diese Ziege angreifen. So, ist doch schon direkt die Ziege unseres Vertrauens. Nein. Bist du die Ziege unseres Vertrauens? Ich hoffe, ihr jagt gern. So. Gut, die können wir abgeben. Ich wollte diesmal, was kriegen wir denn dafür? Addis Tintenreflected Section. 26 Platz behält. Allzeit gute Jagd. Äh, Jägerin im Herzen. Adi ist eine übertragende Schreiberin, aber ich habe sie noch nie in ein Gewehr halten sehen. Sie möchte unbedingt das Jagen lernen, aber hat schon mal was von Gnomjägern gehört? Ja, Gnomjäger können wir ja jetzt erstellen, ne, soweit ich das gesehen habe. Ihr scheint ja mit solchen Amateuren auszukommen. Würde es euch etwas ausmachen, die Gnomien mit auf die Jagd zu nehmen? Wenn jemand mit euren Fähigkeiten, kann sie sicher eine Menge lernen. Ihr fangt am besten mit kleiner Beute an. Wir wollen sie ja nicht gleich entmutigen. Helft Adi, das Jagen zu lernen. Halt da draußen auf euch auf. Jagd Kieferpirscher. Waldmannsdank. Bären. Und Elche. Halt da draußen auf euch auf. Gut. Äh, ist Adi automatisch dabei? Ne, die muss mal quatschen, ne? Gehen wir auf die Jagd. So, Mietzekatzen. Das ist so aufregend. Ja. Was wollen wir hier machen? Jetzt hier Mietzekatzen gibt es zumindest ein bisschen was an Leder. Okay, den auch. Können wir schnurken. So, Mietzekatzen gibt es nur eine tote Mietekatze. Das ist eine gute Mietekatze. Wo ich mich ja frage, ob wir nicht mal auf normalen Begleiter wechseln sollten. Irgendwie fressen die Mobs hier. Keine Ahnung. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Was ist das? Treibender Schatz. Ah, ist das die Artefaktmacht? Kann das sein? Wie weit fließen die runter und du bist hier und dann weg? Ne, da kommt ein Horn aus uns. Wenn das geht. Ne? Ja. Und ein Ilksch. Ist Adi noch dabei? Lass. Ja, das ist ja gut. Fetzen einer Hose. Im Rachen dieses Tieres steckt ein Stück handgenähtes Tuch auf dem Wort Singwa zu lesen. Singwa ergibt zwar als Wort keinen Sinn, aber dafür ist es das Mittelteil des Nachnamens eines berühmten azerotischen Kirschners. Bringt den Fetzen einer Hose zu Nessingray. Okay. Gut. Dann werden wir aber noch die Elche machen. Da sind noch Ziegen. Dann müssen wir jetzt quasi alles erledigen, was hier irgendwie nur ansatzweise lebt. Komm mal da rüber. Nein, da können wir rüber. Ich hoffe, die Tante despawned jetzt nicht. Liegen gelassen oder was? Angelrute. Aha. Okay. Wir haben noch keinen einzigen Bär gemacht, ne? Ich würde die Ziegenbekommen noch gar nicht machen. Ne. Ich glaube, hier sind wir falsch. Wir machen noch die Miezekatzen jetzt. Und dem müssen wir noch sechs Stück, siehst du. So. Ich schlieb nämlich diese Katze. So. Dala. Weiter geht's. Nee. Mir kann den Katze. So, da ist Respawn. So Tantorio Quest fertig. Ja, wir müssen noch ein bisschen erledigen hier. Ne, ist halt auch noch nicht fertig die Quest. Kiefer-Ulzhorn gekillt. Schei-Hirschkuh. Übelschreiter. Kommen wir mal hier rüber. Geht das? Komm hier hoch. Komm hier, komm hier hoch. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir erledigen. Und hier müssen wir erledigen. So, Leder nehmen wir mit. Geht's hier hoch? Wo kam der gerade her? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Wo ist denn der Teddybär hier? Am ablaufen. So, wer bist du? Dich brauchen wir. Waren können wir gleich immer noch machen. So. Mach mal bitte jetzt hier. So, was soll man jetzt halt hier machen? Nein. Wo müssen wir die jetzt noch? Einen noch. So, wo soll denn der Ramob sein? Oh, in der Hölle wahrscheinlich, oder? Schneefeder! Auf sie, Schneefeder! Passt so schön. So. Habe ich jetzt die Ruhe? Das ist ja gut. Der Loot tut gut. Super. 85 Ohrensressourcen. Die brauchen wir ja jetzt auch. So, Miezekatzenhammer. Wir müssen noch... Borstenpelz, Bärenjagd. Wo müssen wir denn da hin? Gut, dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Das wird uns zu lang. Ich hoffe, es hat dir da draußen gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye-bye und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.